Ich sag mal, gut nehmen, dann geht's gar nicht mehr. Ah, ist blöd, das ist nicht so. Nee, klar, das ist ja meiste, ne? Da kann man das kraftvollziehen. Ja, das ist ja meiste. Da kann man das kraftvollziehen. Da kann man das kraftvollziehen. Da kann man das kraftvollziehen. Das ist ja selbst bezeichnend. Da kann man das kraftvollziehen. 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 Vielen Dank. Das ist ein Modell. Die Stadt ist ein sehr guter Ort, aber es ist ein sehr guter Ort. Kamera war ich auch auf, aber kannst du das gut halt nochmal machen. Ich muss den Schein wagen. Ich muss den Schein wagen. Warum Sie liegen im Stad? Ich habe nicht recht im Stad, oder? Jochen! Ja, hier steht noch was im Regen. Keine Ahnung. Kommst du hier durch? So. Ein bisschen muss er nur noch zurückgehen. Ich muss noch mal drüber. Was machen wir hier? Das mag die kleine neue Festzeit, ne? Einmal höher, wenn du kommt. Weg! Hier wird noch gekämpft. Ja. Lennart. TNF. Festzeit Olli mit 6.2. Schrei. Ja, Jörg mach. Entschuldigung. Schrank nach mit rein. Du musst ein Stück weiter zurückkommen und ein bisschen näher zu mir. Ja, ja. Ja, ich habe gesagt, wenn die alle fünf halten, die jetzt zu tiefen, oder? Ja, das kann da drauf. Ja, ja. Ja, ja. Doch. Jetzt könnt ihr Licht anmachen und dann könnt ihr hier drauf gucken, dass er da einmal durchfahrt. So, michel, durchfahren bitte. So, in Kamera liegen sie. Bisschen rechts, michel? Das war die Wand. Machen wir nochmal, oder? Ne, ich mach mal was sehen, sehen die doch. Und dann müssen wir ein bisschen am Part of the Furious, ich weiß nicht welchen Teil das war, wenn sie alle aus diesen Wagen ausgesprochen. Sehr schön. Ich hab aber die Argus dann angepasst. Ist ja alles gut. Nein, das ist gut. Aber auch stark. Oh. Bitte? Eine noch. Auf Wiedersehen. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der ist gleich auf die Feste, wir hoffen, dann kriegst du die Kuchen. Ja, das ist auf. Right? Schmack es! Das ist so dummer, das ist so frisch weg. Also wir fangen mal einfach an. Wenn das, wollen wir heute um vier schon fahren, dann können wir um fünf noch mal fahren. Sech Sekunden. Jetzt wird es ein bisschen unrealistisch, gebe ich zu. Aber es geht trotzdem. Also ich kann die vordere und die hintere Achsen getrennt voneinander lenken und getrennt voneinander antreiben. Ich habe vorletztes Jahr auch gesagt, die sind krank, jetzt fangen wir den Scheiß auf an. Die sind natürlich, ich sage jetzt, der hält bis zu den großen. Weil ich bin hier so ein bisschen... Ja toll, mach das mal schnell. Ist doch nur auf, rein und zu, oder nicht? Genau. Ich werde die Stunde umbauen. Ja. Das Licht umbauen noch mal zehn Minuten. Das ist klar. 20 Minuten umbauen, dann habe ich den Akku. Das ist klar. 20 Minuten umbauen, dann habe ich den Akku. Das ist klar. 20 Minuten umbauen. Das ist klar. Vielen Dank.